In einem SUV wie diesem Ford kommen Sie auf jedem Gelände sehr gut zurecht. Ein leistungsstarker Benzinmotor sorgt für den Antrieb dieses SUVs. Nehmen Sie am Steuer Platz und entdecken Sie die komfortable Ausstattung mit einer Klimaautomatik und einer Klimaautomatik, vorderer Sitzheizung, einer Geschwindigkeitsregelanlage und Lederbezügen. In diesem Auto finden Sie mehrere Sicherheitssysteme, beispielsweise eine Rückfahrkamera, vordere und hintere Parksensoren und Tagfahrlicht. Möchten Sie mehr über dieses Auto wissen? Dann kontaktieren Sie uns für eine Probefahrt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017